Jetzt, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich spiele wieder Ball Ballons. Ich hab ja gesagt, vielleicht kommt noch was. Mal gucken, was wir jetzt machen. Also ich hatte mal wieder Bock drauf. Deshalb hab ich das wieder angeschmissen und, äh, ja, jetzt mal gucken, was passiert. Dabei hab ich vergessen, diese Weiß-Textur runterzuklatschen. Sieht nämlich nicht besonders schön aus. Bescheiden muss ich irgendwann andersmal machen, um die Bälle. Meine geliebten Canopolo-Bälle. Äh, super. Wo muss ich jetzt hier hin? Hier runter. Die Stein-Textur ist mir gut gelungen, das war aber es auch schon. Äh. Wow, das war knapp. Das war wirklich knapp. So, und weiter geht's. Und ein Zusatzleben. Wie schön. So. Nein, scheiße. Okay, das darf man nicht machen. Dumm gelaufen. Äh. Wo muss ich hin? Äh. Ja, ich... Ja, ich... Okay, mit... Damit hast du die Kameranz nicht machen. So. Uh. Okay, tschüss. Let's. Okay, da sind wir wieder. Ich hatte gerade... ...schöne Probleme. Musste was ausfüllen, aber... ...s geht jetzt wieder. So. Oh. Jetzt kriege ich keine... ...Bonuspunkte mehr. ...s ist natürlich... ...sehr schlecht. Okay, ich glaub, das wird ne... ...schön gefeilte Aufnahme. Oder? Ah, ja, zumindest... ...bin ich jetzt beim Checkpoint... ...und mal gucken, was hier weitergeht. ...und mal gucken, was hier weitergeht. Ah. Oh. Okay. Was muss ich hier machen? Äh. 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 Kann ich da rüberspringen? Ja, kann ich. Gute Arbeit. So. Hier dann wieder zurück. Und hier durch. So. Ähm, ja. Wie laufe ich jetzt hier durch? Ich muss da durch, da durch und... Also, ich muss erst mal da unten durch, dann da durch, dann da durch. Ja, okay. Ich glaube... Dann hole ich mir erst mal meinen Stein. Es wäre vielleicht etwas sinnvoller, als mit dem Holz da durch zu gehen. Oh, komm schon. Was kriegst du hin? Das gibt es jetzt doch nicht. Wow. Das war sauknapp. So. Juhu. Und ein paar Punkte habe ich jetzt auch. Das ist doch schön. So. Oh, Backe. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das Level schaffen werde. Um ehrlich zu sein. Um ehrlich zu sein. So. Ich hätte auch noch Masseffekt eins, aber... Da habe ich noch Probleme mit der Grafik. Und es ist sehr kompliziert, ein Spiel, was abstürzt, aufzunehmen. Komm schon. Schöööön. Oh, shit. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Mit dem Teil? Ähm, ja, okay, es geht. Okay. Nein! 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 Scheiße! Ähm, ja. Das war natürlich... sehr schlecht. Jetzt habe ich nur noch das eine Leben. Was... sehr bescheiden ist jetzt. Oh, Backe. Wie weit habe ich denn geschafft? Da unten muss ich denn okay. Da unten muss ich denn okay. Ja, ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Oh, das ist noch nicht. Nein! Ich habe es noch nicht gesehen. Bleiben. Durch. Durch. Nein! Scheiße. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich muss das Level neu starten. Und mal gucken. Wie ich das jetzt schaffe. Und... 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 Also, ich möchte das jetzt einfach nur schaffen. Punkte zählen jetzt gerade nicht, finde ich. Egal wie viele es sind Ah Oh, ja, hier sind Punkte eigentlich Egal Wuhu Boah, es ist wirklich Sauknapp, wenn man so schnell spielt Okay, der erste Checkpoint Sehr gut Sehr, sehr, sehr Gut Komm, die Punkte nehme ich noch mit Okay Hoch und Hoch und Runter und Und Drauf Zweiter Checkpoint, super Äh, jetzt läuft es super Ich weiß nicht, was ich gerade hatte Ich weiß nicht, was ich gerade Ich weiß nicht, wie ist es Ich weiß nicht, was ich heute Ich weiß nicht, was ich heute Ich figurraf